Gutes Zuspiel! Jetzt der Schuss! Das Ding müssen sie machen! Es bleibt bei 0 zu 0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Klasse gemacht! Das war gut gemacht! Der wäre fast drin gewesen! Und er zeigt den Game! Kann man durchaus geben! Das ist jetzt seine Chance! Er schießt! Oh, kein Tor! Es bleibt hier beim 0 zu 0, das war natürlich eine Riesenchance! Ballverlust! Das könnte eine Gelegenheit werden! Er schießt! Und der Ball geht nieder! Aber was für eine Szene! Und was für eine Chance! Da sind sie gerade noch zur Stelle! Das zieht er ab! Das zieht er ab! Ganz starker Knopf und rüber! Das könnte die Chance werden! Und hier ist ein Schuss! Der Ball geht an die Latte! Und er schießt! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel! Jetzt der Schuss! Und er hat nicht viel gefehlt! Tolle Chance! Schön platzierter Ball! Am Ende einfach kein Glück! Der Schuss! Das zieht er ab! Dat zieht er nicht viel gefehlt! Daher überhaupt kein Problem! Doch kein Problem!